Und weißt du, warum Nero Rom abgebrannt hat? Weil es keine Früchte mehr gab? Nein, er kannte Offenbach noch nicht. Ohhhhhhhhhh! Bang! Klammer. Ja ist doch alles egal. Ich steck gerade zurück an den letzten Mann. Ohhhhhhh! Damn Daniel! Was ein Schuss, ey. Was hatten wir besprochen unter dem weißen Dingern, dass nur der Abgeschossene die Kamerans kriegt, deswegen. Wie, was meinst du? Nur der Schütze, die Kamerans kriegt, deswegen. Du kannst die abgeben, du darfst nur nicht an Deadmans geben. Nein, wenn du jetzt abschießt und ich hätte ihn, das ist nur du die Klammer. Ja, er muss sie mir geben, genau. Nein. Weg, 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 hab ihn. Wenn du ihn abschießt und ich gehe hin und klatschen ab, würde das nicht zählen, das ist totaler Quatsch. Wir haben ja auch gerade so besprochen mit ihm da drüben. Was denn? Hä? Ihr klatscht ab und gebt die Klammern einfach ab. Pass auf, du schießt ihn jetzt ab, ja? Dann gehe ich hin und klatschen ab. Ja, dann muss ich dir mal die Klammer geben. Richtig. Und er meint jetzt, dass es so ist, dass nur du ihn abklatschen darfst. Nein, 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 nein. Jeder Spieler, also, wenn er getroffen wird, darf jeder Spieler hingehen und ihn abklatschen, nicht nur derjenige, der hängen abgeschossen hat. Jetzt klatsch mich ab, du. Du, klatsch mich ab. Du warst da hinten, ich kann nicht abklatschen. Du, klatsch mich ab, du, klatsch mich ab. Ach so, du sagst. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Okay, ich darf wieder. Hey, 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 ganz ruhig. Alles okay, nein, nein, bleib drin. Ach so. Mach den. Nicht, 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 nicht. Ist ab, flirsch. Ne, musst du jetzt respawnen, ne? Ja. Oh, du kommst hier so rein. Geht's dir? Danke. Oh, da schreit einer. Bang, hab dich. Ich bin blau. Dein Blick. Dein Blick total verwirrt. I'm a bird, mother f***, I'm a bird, look at me, mother f***. Der liegt in die Eier geschossen, der liegt da. Echt, der? Liegt der noch? Ja. Andi? Ja, er liegt in die Eier geschossen. Andi? Ja? Was ist passiert? Ich hab ihm auswärts in die Eier geschossen. Oh, scheiße. Ja, noch da. So, ja, Klammer. Musst du mir nicht die Klammer vergeben? Ja, sicher. Wir haben mich doch voll getroffen. Ey! Er schießt trotzdem, Alter! Wir haben doch gerufen, warum schießt ihr auf mich? Ich hab nicht gehört. Was machen wir jetzt mit der Klammer? Alter. Nein, nein, lass einfach mal wieder zurückgehen. Das soll ich in die Küche bringen. Nee, ich seh's hier greifen. Oh, jemand Eis oder so? Hab ich schon. Ach, hast du schon. Ich hab voll auf die Spitze gekriegt, ey. Ich hab vom Schreien gehört, ey. Ja, er ist rumgekommen. Ja, Mann. Beide geschossen. Genau auf Sackel. Alter, Mann. Das ist ein richtiger Suicide Squad. Ich sag euch, du fandst das irgendwie geil. Ein bisschen bist du erregt gewesen, oder? Voll auf die Spitze. Alter, Aldi. Aber wirklich ganz wunderbar. Er wollte eine Erektion von dir herausfordern. Alter, für den kurzen Moment war ich richtig übel, ey. Der hat richtig weh getroffen. Muss auch mal Damn Daniel rufen. Immer wenn ihr in die Eier geschossen müsst, ruft doch einfach Damn Daniel. Dann weiß ich ja nicht, was Sache ist. Ja, kann ich nicht mehr Damn Daniel rufen. Jetzt muss doch ein Auuuuh. Dann denkst du, oh, was ist das? Alles gut, flieh weiter. Ja, okay. Ja. Ich geh mal da hin zum Ding. Bleib sauer. Soll ich mitnehmen? Ich legst dir hier vorne hin, ne? Kann ich dir hochhelfen? Alter. Versuch mal aufzustehen. Jetzt? Auf. Voller Zimmer. Dead man, Dead man. Dead man, Dead man. Damn Daniel. Ja. Was hältst du da hin gucken? Alter, mich voll durch... Brille, Brille. Jetzt hieß er auf. Setz dich ja am besten mal hin oder in die Küche und relaxen mal ein bisschen. Wird schon wieder. Wird schon wieder. Oh, ja, ja. Daniel, komm weiter spielen, ich geh weiter spielen. Okay. Da liegt sie. Du stehst auf zehn Spitzen so in der Ecke, ne? Ja, und voll auf die Eier. Damn, Daniel. Du wurdest abgeklatscht, kannst gehen. Was heißt das? Du kannst nach Hause gehen. Du kannst direkt nach Hause fahren. Okay. Gute Fahrt. Bang, bang, ich krieg alle eure Klammern. Oh, noch ein bang. Bang. Ich hab keine Ahnung, ich glaub meine Mutter wohnte. Oh, und? Gibt es hier da? Mama. Hallo. Hilfe. Hallo. Hallo. Ist hier jemand? Hab ihn. Hallo. Hallo. Wenn du willst, kann ich nicht vorgehen. Dann bin ich endlich hoch. Ach Quatsch. Hab wollen. War das kein Geinfeier? Nee, ich hab ihn gesehen. Ja, das heißt, du kannst aus Verkleckungen gehen. Ich muss ihn sehen. Was ich sehe, kann ich beschießen. Okay. Dann ist nur der Schütze darf mir die Klauern stellen. Nein, jeder. Oh, du bist okay? Nein. Zwei noch. Ja, was machen die denn da? Nicht schnacken, nur? Zwei, 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 schnacken, schnacken, schnacken. Ja! Okay. Hä, haben die sich gerade mit schnacken gespielt? Was macht ihr denn? Wir haben Scherbestallpapier umgeklacken gespielt. Wo ist die? Okay. Stabil. Ja. Hast du dich, oder? Mich? Ja. Musst du sagen, hast du? Ja, hatte ich. Okay, Deadman. Na, ehrlich zu hören? Na klar, jeder. Komm, spring ihn an. Hey! Warte dich! Glaubst du, der hat mich wirklich gehabt? Nee, der hat mich auch nicht gehabt. Ich hab's doch hinter mir einschlagen gehört bei jeder Kugel, oder? Der hat mich auch nicht gehabt. Aber gut. Ach so. Wie geht denn los? Ja. Okay, stabil. Genau, wo mein Schützchen ist, der braucht mich nicht. Braucht mich nicht. Braucht ich nicht, okay. Okay, stimmt. Guck mal, ich häng dir eine. Ja, hier, guck mal. Digott hier. Weil du so ehrlich bist. Ah, fuck. Micky tukt sich auch noch. Das werden wir noch durchzählen. Ja, zehn mal. Wenn du... Wie viele haben wir? Wir haben noch durchzählen. Sehr okay. Hä? Ich hab mal nicht hingelegt. Was machen wir damit? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42... Die hab ich schon gezählt, ne? Ne. Nur einen, hast du angefangen. Dann habt ihr gewonnen, glaub ich. 41 ist das. 45, 46 mit 7 mit 8, 49. Oh, ihr habt mit einem verloren angeblich. Wie viel haben die? 49. 51. Yeah. Dann passt das sogar. Dann stimmt das. Dann haben wir mit einem Punkt gewonnen. Nicht schlecht. Krass. Die hat auch Feedingprobleme. Hier kommt immer wieder Schuss, mal keiner, mal Schuss. Sicher? Ich hab doch die gemischt. Ganz sicher. Du bist schon in die Ecke gekommen, hast auf mich Dauer vorher geschossen. Nicht eine Kugel kam an. Ich hab dann die Hand gehoben, weil ich geh dann eh raus. Mir ist das ja egal. Du hast mich nicht mal getroffen und hast Dauer vorher auf mich gegeben. Weil da kam mal locker 6 oder 7 Schuss nicht raus. Auch kein Einprallen, nichts gehört. Und dann bist du weiter gegangen und beim nächsten kamen dann schon die Kugeln dann wieder. Also irgendwas ist da nicht so ganz fresh. Ja. Aber du bist noch jung, du brauchst das Geld. Kannst dich am Bahnhof ein bisschen... Nee, das nicht mehr. Da bin ich schon zu alt dafür. Fürs Wiggy Wiggy am Bahnhof? Nee, da muss ich noch Geld mitbringen. Ich bin 14-jähriger Amtsplatz. Wo denn? Ich nicht, ich bin 15. Oh, dann darfst du schon Sacklutschen. Ja, dann darfst du schon echt lutschen. Hast du eigentlich eine Frau? Verheiratet? Was sagt die zu zu deinem Schiff? Das ist okay. Ja? Ja, hoffe ich. Guck, ob sie noch da ist, wenn ich nach Hause komme. Das war nicht schlecht. Ey, ich hab das getroffen, Mann. Was denn? Alter, ich hab einen Geist erschossen. Alter, Ghostbusters. So dumm. Ja, was für ein Geist? Ja, so eine Mutter. Okay. Tag wieder hoch. Ah, scheiße. Ah! Alter, ich fühle mich nicht an. Ja, ich fühle mich nicht an. Ja, ich fühle mich nicht an. BANG! NEIN! Bist du schnell? Hits, Hits! Sorry, Andi. BANG! BANG! Ach du, das ist noch einer! BANG! 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 Aaaaaaaaaaah! BANG! Ja, bleib drin, bleib drin! Schon okay. Warum BANG ich denn? Was ist denn los mit mir? Wie kann man das ganze Spiel der Hocken und Spaß sagen, ich versteh das nicht. Ich verteidige die Klage, man. Das tut aber alles weg. Ich glaube oben an der Kappe. Ja. Ich hock zwei Meter und sitze hier. Das sind Widerspruch. Warum tust du das? Also die Klage. Okay. Ich hab vorbeigeschossen, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, ich hab links vorbei. Oh. Hast du den Maske geschossen? Ich glaube schon. Deadman. Oh, Baby. Das gibt's nicht. Sorry, Baby. Oh. Hit. Hit. Mann, Andi. Alter, gibt der mir voll die Flickdinger da. Und raus. Ja, gewonnen. Easy. Ja, Maggie, bringt auch nichts mehr. Wir haben trotzdem gewonnen. Nein, wir haben draußen und oben. Wir haben 3-0. Was? Das. Lass das nicht. Das ist skin badge. Nicht생frage. Untertitelung des ZDF, 2020